Immer mehr Stars solidarisieren sich mit den mutigen Frauen und Männern, die derzeit für die Freiheitsrechte der Frauen im Iran auf der Straße sind. Die türkischstämmige deutsche Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger hat sich jetzt mit anderen Stars wie Juliette Binoche vor laufender Kamera die Haare schneiden lassen. Er teilte das Video auf Instagram.